in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr nach allen patches wieder in den gottmode gehen könnt und sogar afk leveln könnt das ganze ist leider kein solo glitch leute ihr braucht jemand der euch hilft falls ihr keinen habt könnt ihr gerne mal discord join und dort einmal nachfragen vielleicht finden sich da spielpartner und ich fange jetzt auch mal direkt an mit dem video und sagt euch was ihr dabei haben müsst bzw was ihr equipen müsst euer kollege der euch hilft in den gottmode zu kommen der muss hier bei den augmentationen beim wilden wächter diese zwei augmentationen drauf haben einmal bei dem großen das erste und bei den kleinen das erste die die in den gottmode wollen brauchen jagger diese zwei augmentationen und zwar bei dem großen das zweite und bei den kleinen das zweite und ihr müsst auch wilder wächter ausrüsten leute und da braucht ihr dann bei den großen das zweite vergeltung unbedingt läutet weil das ist das wichtige um afk zu gehen wenn ihr dann im spiel seid dann kauft ihr hinten die bowlingbahn frei und hinter diesem bus hinter der absperrung ist ein perk bzw ein extra volle kraft und das lädt euer feld ausrüstung auf euer kollege der euch jetzt in den gottmode bringt muss seinen wilden wächter aktivieren sich danach direkt umbringen am besten mit einer granate wie ihr seht macht er sich schon so ein bisschen low von dem zombie danach aktiviert er seinen wilden wächter und zündet eine granate in der hand so dass er down geht und sobald der down auf dem boden liegt muss er das spiel verlassen also leute er muss schnell sein er muss während der wilde wächter aktiv ist down auf dem boden sein und das spiel verlassen und wenn er das dann richtig gemacht hat dann habt ihr immer noch die animation vom wilden wächter und ihr seid im gottmode so bringt das aber jetzt noch nicht ganz so viel weil ihr kriegt sehr viel schaden leute darum würde ich euch empfehlen kauft den jugger perk für zusätzliches leben und natürlich halt damit die panzerplatten mehr aushalten und sie schneller boosten durch die augmentation die ich euch am anfang des spiels gezeigt habt ihr könnt natürlich auch den krawallstarter starten damit die zombies noch schneller spawnen und die runden noch schneller vorbei gehen und dann gehen wir einfach wieder in den raum rein im motel am spawn wo ihr auch die wunderwaffe kraften könnt geht einfach in die ecke und dann bleibt einfach hier in ecke sitzen die ganze nacht weil ihr braucht nichts mehr machen die zombies sterben von selber und ihr könnt afk level ich bedanke mich noch mal bei totti der mir beim aufnehmen geholfen hat und der mir noch diesen tipp gezeigt hat mit dem voller kraft extra hinter dem bus das war es dann auch mit dem video vielen dank an euch und falls ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt leute ihr könnt jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit ihr in zukunft immer auf dem neuesten stand bleibt danke fürs zu sehen und bis zum nächsten video ciao